Das seh ich nicht ein, nein, 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 das seh ich nicht ein. Wow, du musst auf den Kaktus. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zurück zu Minecraft Adventure Map, Schrägstrich Parkour Map und wieder mit dem Raffinoff. Ja, bin immer noch dabei. Da die letzten beiden Laps ja sehr kurz waren, jetzt hier mal eine wirklich, die für 1,6,2 ist und die auch, ich denke mal, ein bisschen länger gehen wird als eine Folge, obwohl ich hier den ersten Raum schon wieder geschafft habe. Go up. Ich habe gerade übrigens eine geheime Kiste gefunden, die du übersehen hast. Ich habe mal das Zeug mitgenommen, Moment, da war ein Buch dabei, ich lese es gleich vor. Obwohl, eigentlich darf ich es dir nicht verraten, weil da steht... Ich habe auch ein First Book, habe ich es euch eigentlich die Fassaden. Ich habe ein First Book bekommen, ich lese mal ein Buch vor. Hello, if you are reading this, note that you are probably going to get more books on the way. This one is about the map itself. The map is called Biome Box. I am Cheeseburger Elf or Box Cheese. It's the maker of this map. You will hearing more from me. Welcome the map a little bit about myself. I am the owner of Popcorn Photos. Just look on Google, blah, 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 blah. On Instagram, blah, 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 blah. Du sitzt kein Turnstinger auf Minecraft, nur... Niemand will dein Minecraft-Account wissen. Sehr gut, man, man... Level 2, Mushroom Island. So, welcome to Biome Box. Das ist jetzt, ob ich nicht dann schon wieder zu Ende. Bei Cheeseburger Elf, wenn das schon Level 2 ist... Woodblock in front of you, dann heißt das nichts Gutes. Wie lange brauchst du denn du? Ich sollte mal nicht weitermachen. Ich war eben fast oben, aber dann habe ich es schon wieder verkackt und ich bin irgendwie behindert. Aber gut, wir haben es nämlich schon gleich. Moment, Moment, ich bin gleich da. Welchen Sprung habe ich hier verkackt? Ach, den letzten, natürlich. Oh. So, jetzt aber. Komm schon. Oh ja, geschafft. Oh ja, ist das nicht geil? Hier. Nee, das sehe ich nicht ein. Was ist denn das? Hey, wie soll ich denn hinkommen? Von da nach hier. Ach, bitte. Mach es mir doch nicht so kompliziert. Ach, ich sollte da draufbleiben. Ist ja übel. Go up. Go up. Ich gehe mal... Ach, nee, down geht leider nicht. Hey, cool. Fast cool. So, die Kiste habe ich schon ausgeleert und das ist Level 2. Das heißt, die Map ist schon wieder gleich zu Ende. Sehr geil. Next Level, Mushroom Island. Oh ja, ja. Das gefällt mir. Oh ja. Gefällt mir. Welcher Version wurde gefällt mir? Gebaut. Findest du jetzt... Findest du es... Ich finde es ja immer ein bisschen dämlich, wenn jetzt die ganzen Firmen jetzt in ihre Werbung... Ah, like uns auf Facebook. Like uns auf Facebook, alle Firmen, ey. Ich finde das so blöd, ey. Das ist irgendwie schon ziemlich dämlich. Ja. Die wollen doch... Die sollen doch ihr Produkt bewerben und nicht ihre Fenster noch dazu bringen, hier auf Facebook zu liken. Warum? Ja, die wollen sich irgendwie an der Jugend halt... Der Jugend anpassen halt mit Facebook oder alles. Wow, wow. Viel ganz neues Zeug. Ich habe es schon wieder geschafft. So, mich bescheuert. Nächstes Buch. Nahen. The second book. Hm. Hm. What to say. Oh yeah. Desert is up next. No, not this air. I wish... I wish... I was up next. I don't mind... Blablabla... Blablabla... Interessiert keinen. Hey. Was? Keine Gewalt in unseren Videos. Keine Gewaltverbrechen. Oh, übrigens das Buch, das ich bekommen habe. Shh. It's a secret. Ja, das ist spannend. Das ist possible, angeblich. This is... This is sparen, was? Yes, this jump is possible. This is possible. Fuck it. This is possible, alter. Ja, ja, ja. Alter. Alter. Oh. Oh, fuck. Was ist denn das jetzt? So. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Ja, wo? Nee. Nee, sehe ich nicht ein. Alter. Was ist denn das? Ich rutsche dann ab. Ich glaube, ich lasse... Ich glaube, ich lasse spontan. Ich glaube, ich lasse spontan hier. Jetzt hat es so geleckt, dass ich das... Oh nein. Ich musste ja gar nicht... Ach doch, musste ich. Ah, okay. Coole Sache. Ah. Jupp. Jupp. Bin ich eigentlich? Ja. Und ja. Ja. Woohoo. Geschafft. Mann, meine Hand fritt schon wieder ein. Das wird wieder eine länger als eine Folge, habe ich das Gefühl. Scheiße. Alter, was ist denn los? Ich hab's doch eben. So. Äh, nee. Ich glaube nur, dass du's gleich hattest. Weil dein... Das Wichtigste kommt erst nach den Kakteen. Kaktusse. Hä? Was ist Kakteen? Kaktusse. Ja, ich... Ich mein dich. Hab ich dir die Pointe genommen? Äh. Los. Was ist denn los? Was machst du denn? Mach du Arsch. Was machst du denn? Was machst du denn? Es wird dir ständig dein Hornpoint gesetzt. Alter. Nein. Okay. Mach los. Ich wollte dich nicht abbauen, nein. So was will ich niemals tun. Ey, komm schon. Ey, teleportier mich zu dir, ich kotze gleich. Nein, du machst das jetzt. Du könntest dich doch immer teleportieren. Ja, was? Ja, wir haben... Du hast mich doch kein einziges Martell importiert. Bin ich behindert, ey. Nein, überhaupt nicht. Nee. Nur im Creative Mode. Ach, die Sonne. So wunderschön. Bei mir ist gerade Nacht. Oh, bitte mit vollem Ernst. So, Tino geht jetzt erstmal auf K. Bis ich fertig bin. Ich war doch eben schon drauf, Mann. Was hält der sich nicht fest? Der Scha-Scha-Scha. Oh, du kannst nie so viel, ne? Du musst Steuerung drücken, wenn du an der Leiter bist. Also, Schiff... Das sehe ich nicht ein. Nein. Nein, nein, das sehe ich nicht ein. Wow. Du musst auf den Kaktus. Das war nicht da. Okay. Was? Auf den? Auf den Kaktus, ja. Und dann links rum oder rechts? Das bleibt dir überlassen. Ja, na, na, na. Ich spring an die Leiter. Okay, cool. Das ist ein Wett von Neumelords. Okay, gut. Nein. Nein, spring an die Leiter. Das sehe ich nicht ein. Was siehst du überhaupt ein? Nein! Bitte, Tino, ich muss mich konzentrieren. Ach so, okay. Ich bin ruhig. Alter, wie? Boah. Gerutter. Hier ist übrigens, du die gesehen. Ha. Ein Schwert und Schuhe. Geil. Wow, du hast eine Kiste gefunden, dadurch, dass du so nubig bist. Wer hätte das gedacht? Das ist doch wiederum geil. Schick ein Lederstiefel. Das gab es doch nicht. Ich habe auch welche. Hoah. 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 Also bitte, Tino, das willst du doch den Zuschauern nicht antun. Was? Doch. Also mir schon, aber den Zuschauern doch nicht. Ich will das durchaus. Das ist ja ekelhaft. Spring an die Leiter. Spring! Ja. So. Jetzt oben drauf. Auf den? Ja. Das verkacke ich doch. Und jetzt auf den? Und jetzt da drüben, ja. Und jetzt? Und jetzt an die Leiter. Von hier oder erst auf den Block da? Da erst auf den Block. Dürfte egal sein, aber mach es so. Jetzt. Oh, fuck. Ich bin fast runtergefallen. Und jetzt hier drüben auf den. Genau. Oh, Gott. Jetzt kommt es zu mir. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Was? Und dann jetzt hier. Hä? Okay. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's. Oh, jetzt bin ich fast rausgelaufen. Das hätte dir jetzt gefallen. Ja, da hättest du es nämlich nochmal machen müssen. Kiste. Wow. So, ich... Rock the boat. Name tag? Was ist ein Name tag? Don't rock the boat. Seit wann gibt's ein Name tag? Schon seit 1.6. Wieso? Echt? Was ist das? Kannst Sachen benennen. Da kannst du Gegenstände reinlegen und die benennen. Gib mal her. Lol. Gib mal her. Ich hab Splash Potion of Healing. Gib mal her. Ich weiß, was ich da. Gib mal mein Schwert bitte wieder her. Nein, jetzt hab ich das. Gib mal her. Ich will mal was machen, bitte. Und es tut mir leid. Ich kann dir gerne einen Villager her. Und in deinen Tag, bitte. Nein, nein. Oh. Du sagst, we have to have glass on the sides. This make more jungly. Okay. Alles klar. Jungly, jungly, jungly. Okay. Du bist. Hier ist ein Bett. Tu alles für dich. Alles. Oh, okay. Huh. Nein. Huh. Nein. Komm schon, gib her. Huh. Nein. Tino. Nein. Ich manipuliere die Map. Ich mein's ernst. Mach's. Okay. Ja. Was? Ja, den Tag. Ich brauch den Tag, Mann. Das ist scheißegal. Huh. Komm schon. Wenn ich's geschafft hab. Komm schon. Huh. Ah. Bullshit. Oh, fuck. Ah, los, gib's mir. Ah, los, gib's mir. Also, den Tag. Das andere, das klären wir später. Okay. Versteht's schon, ne? Okay. So. Ja, ihr Zuschauer. Ah, fuck. Hey, WTF. Los. Los. Jetzt gib's mir. Wah. Jetzt, nimm her. Komm schon. Oh, ja. Oh, ja. Okay, vielleicht sollte man die Garni abschießen, komplett. Ich hör's. Tötet. So ne Cheatmode ist noch 6. Geht mit. So ne solche Schneebölle. Die Kunst der Ignoration. Ja. Der Ignoranz. Ah, hier kann ich irgendwas craften. Hast du nen Stick bekommen oder sowas auch? Was hat denn das Buch da drauf? Und ich hab es mal. Nein! Oh, Mann. Jetzt gib ich mir schon, dann kann ich dir was lustiges zeigen. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Gleich, jetzt. Ich tue auch alles. Ich bin auch ganz brav. Ja. Oh, ja. Geil. 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 Okay, was wirst du jetzt benennen? Moment. Ist das nicht irgendwie so? Achso. Erstmal. Äh. Äh. Achso, nee. Das muss da rein. Könnte ich das überhaupt? Zack. Nein! Oh, fuck. Alter, ist die Map scheiße, ey. Mann. Jetzt hab ich gar keine Experience Points. Das gibt's ja gar nicht. Brauchst du Experience und was du nennen? Voll cooles gemacht. Ja. Brauchst du irgendwie so übertrieben vieler. Ist das einzige, was noch dumm daran ist. Ist das ja irgendwie unnötig, dass man Experience dafür braucht. So, geschafft. Woo. Guckst du jetzt? Sonst hätt ich jetzt was voll cooles gemacht. Was haben wir hier noch? Hä? Schießt mal rum. Einfach so. Ich wüsste dir vormachen, wie man's macht. Achso. Ja, da kennst du dich mit aus, ne? Ja. Wie man's macht. Natürlich. Alles von dir gelernt. Ja, das ist nett. So. So, Schei. Das ist der erste schwierige Part sogar hier. Ha. Geiii. Ja, das habe ich in meinen Part eingebunden von Beast Factor. Echt? Ja. Echt? Mal gucken, in den ersten paar Folgen, wo es dann abgeschmiert ist, dann kommt da die ganze Zeit im Geh. Geii. Okay. Fass. Alter. Na. Und wieder geschafft. Und rückwärts. Okay, rückwärts ist leicht. Moment. Okay, halt. Rückwärts ist gar nicht leicht. Am Arsch. Nochmal. Nicht wundern, nicht wundern. Ich will nicht hochfliegen. Ich will was anderes machen. Ich will nämlich... Äh. Ich spring jetzt erstmal. Okay, und jetzt? Äh. Fuck. Was machst du denn? Nix. Spring lieber mal. Verdammt. Ich habe... Ich habe jetzt Dieter getauft. Und was braucht man? Äh. Wie verwendet man das jetzt? Gar nicht. Du kannst dann... Du kannst jetzt auf Tiere drauf machen, dann heißen die Tiere Dieter der Zweite. Okay. Cool. Ja. Im... Soll ich ein Pferd genannt. So, du machst das jetzt. Hä? Wo soll ich jetzt... Du musst an dem... An dem Pfosten vorbei hier drüben drauf. Ich habe es doch selbst nicht. Schaffst du eh nicht. Ja, ich habe das aber geschafft. Ach, da, dahin, ne? Ja. Ja, ja. Du, du natürlich. Du bist... Fuck it. Das hast du jetzt nicht gesehen. Ne. 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 Ah. Wie lange nehmen wir schon auf? Du hast das jetzt nie wirklich dort verkackt, oder? Indem du dort runtergefallen bist. Wie lange hat das jetzt gedauert bei dir, oder hast du nur nachgedacht? Ne, ich war schockiert darüber. Ach so, gut. Ich dachte schon. So eine Mega-Verzögerung. Ne, ne. Ah. Ich hasse es. Warum lädst du mich nur zu Jump-Maps ein? Warum, Team? Ey, du wolltest. Sag's mir. Ich war immer mitspielen bei... Ja, ich... Ich wurde gezwungen, ja. Ich dachte, du machst ja voll legitime Let's Adventure-Maps. Mit... Mit Stories. Aber nein. Ja. Hätten wir auch machen können. Ja. Ja, nein. Nein, ja. Meine Beine... Fuck. Das Geräusch ist einfach so schön, wenn deine Beine auf dem Boden aufprallen und dann brechen. Ich geh schon mal in den nächsten... Das schönste Geräusch. Oh, Cookies. Oh, 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 oh. Feuerwerk. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal.